Der Vergleich bringt's ans Licht. Herkömmliche Parteien waschen ihre Wäsche nicht. Der Unterschied, es liegt auf der Hand, ist die Rezeptur. Kleine Parteien sind mit der sozialen Bewegung eng verbunden. Wie kommt man? Oh ja, wie kommt man? Wie kommt man? Ja, wie kommt man? Ja! Wo sind wir? Jede Partei steckt wie Gebiete ab. Gemeinsam decken wir viele Gebiete ab. Und Nahrungsmittel mit Grundeinkommen. Grund, laut, energisch. Wer große Parteien wählt, verschenkt die Stimme und schadet der Demokratie.